Greta Thunberg steht in London vor Gericht. Die 21-jährige schwedische Klimaaktivistin muss sich wegen Störung der öffentlichen Ordnung verantworten. Sie blockierte im vergangenen Jahr in der britischen Hauptstadt im Zuge einer Demonstration den Zugang zu einer Konferenz von Öl- und Gasproduzenten. Thunberg wurde von Polizisten fortgetragen und in einem Polizeiwagen abtransportiert. Ihr droht eine Geldstrafe von maximal 2.500 Pfund, umgerechnet knapp 3.000 Euro. In einer ersten Anhörung im vergangenen November plädierte sie auf nicht schuldig. Thunberg wurde als Teenager mit ihrem Schulstreik für das Klima zu einer Ikone der Umweltbewegung. Aus ihrer Aktion erwuchsen die weltweiten Demonstrationen Fridays for Future. Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges hat Thunberg indes mit umstrittenen Äußerungen für scharfe Kritik gesorgt. Sie zeigt sich seither bei öffentlichen Auftritten mit Palästinenser-Tuch.